Ich will immer durch die Tür rausrennen, aber ich muss mich ja nach unten schießen lassen. Komm her, du Abwurfkapsel. Oh, so würdest du jeden Morgen zur Arbeit fahren. Oh, das ist ja nicht so. Oh, ich konnte sogar deine Kapsel eben auch sehen, wie die in die Atmosphäre eingetreten ist. Oh, der hatte nur drei Heilungen, der andere hatte nur fünf Heilungen. Oh. Wo wollen wir denn lang? Guck mal was Schönes aus. Oh, das sieht doch schon nice aus, ja? Kann man hier runter? Ich weiß gar nicht, wenn man fällt, dann hat man kaum Schaden, ne? Ja, irgendein Fallschaden gibt es nicht. Ah, das ist gut. Ah ja, sind wir wieder hier, das ist super. Dann fangen wir gleich da an, bei der schönen Station hier. Ah, der dicke, ne? Ich werde dann versuchen, so viele wie möglich Ausrüstungsdinger zu werfen. Mhm. Ich kann mal den auch zu dem No-Smoking-Deal hier ziehen. Warte, wie schnell ich hier immer runterfalle, das gibt es ja gar nicht. Oha, jetzt hat er mich schon platt gemacht hier, es gibt es ja gar nicht. Oha, danke. Oha. Oha. Oha, danke. Oha. Oha, danke. Das war's für heute. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen laufen. Ah, das hat geklappt. Das war's für heute. Das Waffensystem ist natürlich geil, was ich hier habe. Alter. Oh, der duke Stroke, sehr gut. Jetzt muss ich wieder ein bisschen laufen hier. Gut an Energie. Ah, scheiße, jetzt bin ich wieder platt. Okay, ich hoffe, dass ich es schaffe. Yo, ich hab's geschafft. War knapp. Alter, der hört sich an wie Godzilla, der Typ. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber gut, dass es keinen Fallschaden gibt. Aber das Game ist doch auch noch Early Access, glaube ich sogar, ne? Ja. Ja, ich glaube auch. Eine Handgranate, wenn man hier echt aufgeschlossen will. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's für heute. Jetzt schießt du mit Granat oder was? Ja. Das ist schon was. so heftig ja, aber den mit der Gatling nice die mission da daneben auch machen oder wo ist denn meine drohne hin ist auch so leise was meinst du? bist so leise leise geworden? leise geworden ah ok bei mir wird der Ton also der Spielton manchmal so leise warte mal wir müssen wieder diesen Schlott hier machen wir auch eine Million ich will immer Zombies sagen mhm ja ich habe ja auch vorhin Menschen oder Leute gesagt stimmt hier ist ja auch mal ein bisschen Ausrüstung mhm jetzt gehst du hier los jetzt fliegen die weg das habe ich vorhin auch gar nicht gesehen ne es war ja auch ganz schön viel los hier ja hier ist alles scheinbar erledigt sehr gut naja so ginge würde ich sagen jetzt haben wir Unterschiede jawoll jawoll jetzt kannst du abgehen auf zur nächsten Mission ja so ein Zombieschwarm genau hier ist die Drohne ja ich habe vorhin eine abgeschossen aber die kann man benutzen sehr gut ich werde euch die Infos weiterleiten ah ok die die Drohne fliegt dann wahrscheinlich hier rüber und äh oder hat er die jetzt noch ausgelesen ich habe keine Ahnung oh oh hallo wieder ein flinkes Game hier ach hier kann man sich aufschluss hier kann man sich aufschluss hier kann man sich aufschluss wenn ich schieße das macht ihr aber nix ne ne Alles gut Gegen uns ein bisschen Wir können ja Munition noch mal anfordern Okay, prima Ach, du bist hinten schon Ja, da oben ist eine Munitionskiste Da brauchst du eigentlich keine Supply Also das oben, diese Wenn du auf die Karte guckst, das war ja so ein Zelt Und so wie es aussieht, sind diese Zelte Da gibt es dann alles Also Munition und Granaten Und alles gut Geile Knarre, die ich habe hier Schön, die Granaten Aua 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 Was ist das? die zählte er wieder ewig nach Was ist denn da? Ich schmeiß mal hier wieder da nach. Ah, der ist der nächste Hangar. Sehr gut. Ah, sehr gut. Ich kann die Höhlen jetzt auch mit dem mit der Knarre die Höhlen kaputt schießen. Nice. Ach du Scheiße, du hast ja vier Stück oder so und haben an mir rumgeknabbert. Wenn es ein Einzelner ist, das geht ja dann sogar noch. Ja, das stimmt. Da ist es. Was ich ein bisschen blöd finde, ich sehe deinen Energiebalken nur weiß. Also ich kann dann nicht sehen, ob du jetzt gerade Energieverlust hast oder nicht. Ja, das sind ich bei dir auch nicht. Das wäre natürlich schön, wenn das noch klappen würde. playing. Ja, ich kann nicht verützen. Aber bei mir ist das auch so, dass der Ton ab und zu mal leiser wird, irgendwie komischerweise. Ich weiß nicht, ob das am Spiel liegt oder so. Das weiß ich auch nicht. Ich muss noch mal hier so ein Sliding. Vorsicht, geht er weg. Ich hab die mal für uns markiert oder siehst du nicht? Doch. Nein. Ah, du. Kann schon. Schnell wie möglich zu dir. Ich hab auch das letzte Mal nicht richtig aufgepasst. Ich musste mehr auf meine Energie achten. Ich komm mal in deine Richtung. Oh, das ist ein Spiel. Oh. 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 Komm schon mal los. Oh. Ich hab ne einen Zaun aufgestellt. Ich hab ein bisschen getrickstellt werden. Oh. 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 Das ist ein Yuvo, ne? Ja, das ist ein Yuvo. Sehr gut. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen gruber. Prima. Ah, da kommt noch einer. Der hat ja wieder wegfliegt, ey. Okay, dann mach ich mal. Hol ich dir mal welche. Einmal Muni, Hawaii. Wie weit diese Dinger hier reichen. Nur so weit. Danke. Oh, ich muss mich auch mal heilen. Das ist so weit. Guck mal hier mal. Okay. Man kann hier so fast so eine Verteilige wissen. Okay, in dem war nix. Den einen haben wir auch noch gar nicht. Genau, den aktiviere ich jetzt mal. Schönen. 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 Nicht mal den anderen. Okay. Oh. Schon wieder so ein Mist. Oha. 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 Ziel aktiviere die Radarantenne. Ah, okay. Okay, dann mach ich mal die Radarantenne klar. Ja. Ist es noch Leben oder Granate? Äh, hier ist beides. Also, äh, hier oben. Ah, hier ist es. So. Antenne habe ich runter gemacht. Nice. Ach, jetzt müssen wir wieder so ein Zeug da rein rein. Ah, jetzt müssen wir, ich muss mal ne Sicherung anfordern. Ach, wenn es dir, du hast nen Totenkopf, wenn es dir ganz schlecht geht drauf. Oder bist du tot? Ah, ne, ich habe mich gerade geheilt. Aber es war kurz, kurz sehr knapp. Also, die Wumme macht schon die Viecher gut weg, aber, ähm. Ist auch ein bisschen irritierend manchmal, ne? Wenn das so... Ja, ist zu langsam. Ich mach kurz heilen. So, Reparatur läuft. Sehr gut. Oh. Das ist nicht voll weggefasst. Ja, das Gute ist, dass es keinen friendly Fire gibt. Ja, Gott sei Dank. Also eigentlich ist das mehr Splatter als He is Sam. Ja, auf jeden Fall. Du musst jetzt nur überleben, solange ich es bin. Ja, die Reparatur ist jetzt bald 85 Prozent. Jetzt soll ich keine Muni nehmen. Ja. 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 sehr gerne bis jetzt wie die wegfliegende finde ich richtig krass so jetzt muss man eigentlich geradeaus nur hier waren sie wie die geschwindigkeit von manchen spielen ja ist sich hier so ein bisschen zum jet weg so rutschig es sieht aber auch geil aus wenn er so das licht so rein hatte mal verwende x und dann um träger anzufordern hier unten sind sehr gut so drei stück habe ich träger voll das muss auch den träger finden hast du hier oben abgeworfen ach ja da oben war ja die jetzt muss ich mal in die richtung laufen der hoffnung dass ich da wieder hochkommen aber ich kann keine nehmen das ist ein bisschen blöd gemacht noch keinen anfordern wie komme ich da wieder hoch zu dir ist mein problem seitlich ich kann nicht stimmen als die hier oben alles klar super ich bin einfach hier am rand jetzt sagt er voller träger benötigt aber ich hatte doch schon ein der voll war jetzt müssen wir dann noch mal runter und die nächsten eier sammeln ich kann leider nicht sagen wenn der dann voll ist und ist zwei habe ich ach träger voll sehr gut so und dann fände ich wenn du kannst das ist immer noch nicht voll sieht so geil aus wie die ich glaube du musst noch mal runter aber ich kann ja auch kein behälter mehr einsetzen warte mal ne guck ich noch mal ach da ganz unten ach du scheiß träger benötigt sagt er mir jetzt schon wieder komisch ich habe doch nicht die sammeln komisch ich habe gar keinen kläger auf um ein ist was war der muss ja jetzt habe ich einen vollen Trader entstanden ah sehr gut das ist richtig 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 da 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 die eigentlichsteuerung auch das läuft das ist blöd ist man sieht dass es am anfang das es geworfen wird aber später nicht mehr Da oben auf den Turm geschossen. Das ist sehr gute Arbeit. Was dick ist drin. Untertitelung des ZDF. Ich habe noch einen Weg in. Alter, was für eine Explosion. Oh, der Dich kommt wieder. Ah, scheiße, jetzt bin ich down. Ich bin down, down, down. Ah, danke. Ich bin wieder down. Richtig weggesprengt? Ich weiß nicht, aber jetzt geht es wieder. Ah, du bist wieder gelohnt. Ja, genau. Alter, wie er angeflogen kam, ey. Und dann müssen wir hier reinstellen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich kann mit meiner Spezialfähigkeit, kann ich auch einen fetten fertig machen. Sehr gut. Oh ja, so ein bisschen Mooney kannst du auch, ja. Ich glaube wir müssen unten gucken, wie wir da reinkommen. Genau, B, ich muss mal genau gucken was er jetzt sagt. Sie ist verschlossen, von ihr aus komme ich da nicht rein, schau mal ob ihr einen anderen Weg findet. Hier scheint er nicht. Da geht es wohl nicht rein. Ich muss mal da runter, wo die ganzen Windows sind. Gut, dann geht es wahrscheinlich durch die Tunnel. Oh, sehr gut. Wollen wir da unten noch kurz, oder? Ja, können wir machen. Viertelstunde ist noch. Ich weiß auch gar nicht, kann man das hier speichern? Keine Ahnung, ich glaube, wenn ich escape drücke. Ne, gibt nur, ne speichern scheint es nicht zu geben. Oh, das tat gut. Ich habe mir erstmal eine schöne Spritze rein gefächert. Das ist ein Tunnel. Oh, das ist aber neu jetzt. Hast du da oben einen Tunnel jetzt, oder? Ja, aber das war vorher nicht. Okay. Komm ich mal zu dir. Komm ich mal zu dir. So, du bist da weiter unten, ne? Ja. Okay. Ich bin hier oben. Ach, da oben, okay. Ich bin unter mir. Sehr gut. So. Sehr gut, so. Ich bin genau da gelandet, das war guuuuut. guck mal kommt man mit kurz das war doch vorhin nicht da als wir in den hangar geguckt haben und das ist doch nicht hier gerade wir sind doch schon ding weil wir sind ja auch da lang reingelaufen noch ja kürzlich und jetzt geht es hier auch komm mal wieder runter dann kann man nämlich in den anderen blumenkohl sieht mir aus wie pro poli so das tor haben wir dann auch jetzt müssen wir die antenne wieder klar machen hier hinten ist noch munition mittlere maustaste kann man auch noch irgendwas machen kannst du wenn du hier im ort ganze machen und so zeigen ich hoffe das geht auch weg jetzt geht es nach unten dann wahrscheinlich jetzt hier durch den tunnel alter der fällt so oft die fresse aber gott sei dank passiert da nichts ja da gab es nicht noch mal ist so siehe so wie man jetzt bei mir zeigt da sogar noch meter an 517 und 1339 verschwinden das ist das ist das ist und es ist platt als mich weggerutscht und lebe wieder ja, ich habe Glück auf oh, dann kommt er rein, ne? Ich bin schon an Bord Alter, die kommen ja auch mit an Bord Ich bin schon an Bord Ich bin schon an Bord Ich bin schon an Bord Oh, da muss ich weg Ach, nein Oh, wir haben es geschafft, Missionen abgestanden, ist ja cool Ja, pünktlich aufgenommen Ja das ist ja blöd, wenn man das nicht durchspeichern kann, den besten mal so lange dauern ja, ist das so was stecken? soll ich irgendwelche Dino-Geräusche im Hintergrund und jetzt weg alter Beuteübersicht neuer persönlicher schlechter, das ist Saboteur, Jäger Stufenaufstieg, freigeschaltet Luftangriff Waffenverbesserung ah, cool, nun wird das noch besser das heißt aus Dino gewonnenen Materialien können wir Waffen verbessern auch nett, aus Knochen wahrscheinlich ja ok, aber nächstes mal sind wir glaube ich sogar noch besser dran also, da kämpfen wir uns noch besser aus ja ja so und 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 und